Hallo Leute, wir zeigen euch heute ein Video über das Häkeln. Und dann fangen wir auch schon an. Jetzt zeigen wir euch ein oder zwei Tipps. Erstmal, zunächst braucht ihr ein Band. Erstmal braucht ihr eine Schlaufe. Wir zeigen, wie eine Schlaufe geht. Wir sind das Smiley Team. Ihr könnt euch jetzt freuen, wie wir jetzt vorgehen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank. 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 So sieht das fertig gehekelte Band aus.